Limburgisch ist die südniederfränkische Dialektgruppe und gehört zum kontinentalen westgermanischen Dialektkontinuum. In der Germanistik wird es auch als südniederfränkisch bezeichnet. Sie hat nach der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen Sprachstatus. Weitere Sprachbezeichnungen Die Limburgische Sprache Das Limburgische hat in seinem zusammenhängenden Verbreitungsgebiet in Belgien, Deutschland und den Niederlanden verschiedene Bezeichnungen. Niederlande In den Niederlanden herrschen heute die Namen Nord-Limburgs und Süd-Limburgs für die Dialekte der südlichen Provinzteile bis Maastricht vor. Belgien In Belgien wird das Limburgische in West-Limburgs für die limburgischen Dialekte in Belgien, Zentral-Limburgs für die belgisch-niederländischen Übergangsgebiete und Toa S-Limburgs für die Sprachgebiete der Niederlande eingeteilt. Deutschland In Deutschland teilte man früher die limburgischen Dialekte wie folgt ein. West-Limburgisch umfasste die Gebiete Belgiens, Mitte-Limburgisch wurde demnach in den angrenzenden Niederlanden gesprochen und Ost-Limburgisch im angrenzenden Deutschland. Wenig verbreitet war die Sprachbezeichnung Westblatt. Die heutige germanistische Sprachwissenschaft bezeichnet das Limburgische Sprachgebiet als Südniederfränkisch. Wobei dieser Term nur auf Deutschland beschränkt ist, Verbreitung. Das Limburgische wird heute in den Niederlanden, Belgien und im angrenzenden Deutschland gesprochen. Von der dortigen Politik werden alle Dialekte der niederländischen Provinz Limburg heute zum Limburgischen gerechnet. So wird auch das brabantisch-südgeldasche Übergangsgebiet von Venlo als Nord-Limburgs zum Limburgischen gezählt. Daneben existieren einige kleine dem Aachener Blatt ähnlichen Repoarischen Dialekte. In der Provinz Limburg fallen sie sprachlich gesehen eher aus dem Rahmen. Dort manchmal werden sie zu Edust Limburgs im Sinne von Platt von Südost Limburg genannt. Während deutsche Linguisten sie dem Mittelfränkischen zu rechnen, das sonst in den Niederlanden nicht vorkommt. Normalerweise bezieht sich zu Edust Limburgs im Sinne von Südöstliches Limburgisch stattdessen Südniederfränkisches Südostlimburgisch. Das Limburgische stellt eine überwiegend einheitliche Sprachform innerhalb des Dialektkontinuums dar. Die Limburgischen Teildialekte im Nordosten Belgiens, im Südosten der Niederlande und in Westdeutschland werden in einer staatlichen Zuordnung auch als belgisch-limburgische, niederländisch-limburgische und deutsch-limburgische Dialekte bezeichnet. Die sprachliche Nähe der Limburgischen Teildialekte zur hochdeutschen Standardsprache war letztendlich der Grund dafür, dass 1839 Dekasekunden Herzogtum Limburg als Provinz anstelle des an Belgien abgetretenen Welch-Luxemburg dem Deutschen Bund eingegliedert wurde. Sprecherzahl Das Limburgische in all seinen Varianten hat heute noch eine Sprecherzahl von ca. 1,6 Millionen Menschen. Es ist heute nach der Charta des Europarats in der Provinz Limburg in den Niederlanden als eigene Regionalsprache anerkannt. Manche Linguisten sehen diese Entscheidung jedoch sehr kritisch. Da sie die Grundlage zur Klassifizierung als eigenständige Sprache als nicht gegeben ansehen, Beispiele In der Winter war ihnen die Drogebladeren rund in die Lucht. Hat z.a.l.z.o.a.f.u.den m.e.t.s.ne.u.wen. Den Wort hat wer werbeter. H.i.j.s.v.a.f.z.t.s.we.en geleden gestorben. Hat wo was te heet die Kökenzinn a.a.n.d. on der Kant hellemals ward angebrannt. H.i.j.t.e.t.d.a.t.s.alteid sonders out on paper H.i.j.t.d.a.t.s.alteid sonders out on paper Geschichte Das heutige Limburgische entwickelte sich überwiegend aus den östlichen Dialekten des Alt-Niederfränkischen. Auf dieses hatte seit dem 8. Jahrhundert das Althochdeutsche unter den Merovingern und Karolingern einen starken Einfluss auf diese Sprachvarianten. Besonders die Städte Aachen, Lüttich und Köln waren die Zentren, von denen der Einfluss ausging. Im 12. Jahrhundert endete dieser sprachliche Einfluss links der Mast, da die betreffende Region begann, sich nach Westen zu orientieren. Nun nahmen Städte wie Gentbrügge und Üpern jene Position ein, die vorher Aachen, Lüttich und Köln inne hatten. 1288 fiel das Herzogtum Limburg nach der Schlacht von Woringen an das benachbarte Herzogtum Brabant. So übernahm das Limburgische wie die meisten anderen niederfränkischen Varianten viele Kennzeichen der brabantischen Dialekte. Man spricht hier von der sogenannten Brabanter Expansion. Dieses Wechselspiel des sprachlichen Einflusses zwischen dem Rheinland und Brabant sollte sich im Limburgischen öfters wiederholen. Nieder- oder Mitteldeutsche Dialektgruppe Die Limburgische Dialektgruppe besitzt also Spracheigenschaften, die sie zum einen mit der Niederdeutschen und zum anderen mit der Mitteldeutschen Sprachgruppe teilt. Aufgrund dessen wird das Limburgische unterschiedlich klassifiziert. Die Vertreter der Niederdeutschen Theorie stellen das Limburgische zu den Niederdeutschen Dialekten. Da es sich, mit Ausnahme des Umlandes von Kerkrade, nördlich der Benrater-Linie befindet. Das heißt, dass das Wortmachen auch im Limburgischen als Marken ausgesprochen wird. Dagegen stehen die Vertreter der Mitteldeutschen Theorie, die feststellen, dass das Limburgische sich südlich der Uerdinger-Linie befindet. Das heißt, auch im Limburgischen wird das Wort ich als ich bzw. als hochdeutsches ich ausgesprochen. Teilweise wurde auch die Mich-Linie als Grenze genommen, die das Vendor-Plat dem Mitteldeutschen Bereich zuschlägt. Die Uerdinger-Linie gilt im Allgemeinen als Trennlinie des Limburgischen von den Kleverländischen Mundarten. Das heute als Südniederfränkisch bezeichnete Sprachgebiet in Deutschland weist dagegen die Ich-Nebenform-Ech auf. Während es in dem Ostbergischen Übergangsgebiet, dem Gebiet zwischen dem eigentlichen Südniederfränkisch und dem Kleverländischen sowie des Westfälischen, bereits Eka heißt, eine Eigenschaft, die das Ostbergische mit dem Kleverländischen teilt. Einzig und allein die Dialekte von Kerkrade und seiner unmittelbaren Umgebung wurde von allen als repuarisch-deutscher Dialekt anerkannt und eindeutig als mitteldeutscher Dialekt eingestuft. Theodor Frings stellte in seinen Studien die Theorie auf, dass das ostlimburgisch-repuarische Übergangsgebiet ein spezielles Dialekt-Kontinuum darstelle, das er in seinen Schriften als ostlimburgisch-repuarisches Übergangsgebiet bezeichnete. Diese Theorie wurde von anderen Germanisten weiterentwickelt und diese bezeichnen das limburgische Dialektgebiet heute als südniederfränkisch, ohne eine explizite Einstufung in das nieder- oder mitteldeutsche Dialektgebiet. Für die limburgisch-kleverländischen Sprachstufen des Mittelalters wird heute die neutrale Bezeichnung rheinmaßländisch verwendet, um diese Sprachstufen nicht als niederländisch oder deutsch einstufen zu müssen. Das trägt der Tatsache Rechnung, dass das Limburgische in diesem Übergangsgebiet viele Übereinstimmungen mit beiden benachbarten Sprachen hat. Mit der Zusammenfassung des gesamten Niederrhein-Mars-Gebietes zum rheinmaßländischen wurde auch der Dialektraum des Kleverländischen mit einbezogen. Das im 12. Jahrhundert im Rhein-Mars-Dreieck aufgekommene rheinmaßländisch wies zwar viele Elemente der regionalen Mundarten auf, ist aber nicht ohne weiteres mit diesen gleichzusetzen. Das an Rhein und Mars gesprochene niederrheinische Platt war die Sprache der oft schreibunkundigen, einfachen Leute rheinmaßländisch dagegen. War die geschriebene Sprache der gehobenen Stände und Kanzleien und hatte Latein als Schreibsprache weitgehend abgelöst. Bis es ab dem 16. Jahrhundert selbst an Bedeutung verlor, einerseits zugunsten des sich über Köln nach Norden ausbreitenden Hochdeutschen, andererseits zugunsten einer in den heutigen Niederlanden entstehenden eigenen Schriftsprache. Allerdings konnte sich die hochdeutsche Schriftsprache nicht überall am Niederrhein gleich schnell verbreiten. Über einen längeren Zeitraum existierten in manchen Städten Deutsch und Niederländisch nebeneinander und Erlasse wurden in beiden Schriftsprachen herausgegeben. Ab dem 18. Jahrhundert war die sprachliche Trennung zwischen Niederrhein und Marsgebiet abgeschlossen. Rhein-Marsländisch als Schriftsprache verschwand, die neuen Hoch- und Schriftsprachen gingen getrennte Wege. Cleverländisch und Limburgisch als gesprochene Mundarten aber hielten sich jedoch grenzübergreifend bis in die Neuzeit. Spracheigenschaften, sowie einige andere indogermanische Sprachen, Serbo-Kroatisch, Slowenisch, Norwegisch, Schwedisch und Luxemburgisch, nutzt das Limburgische einen sogenannten Tonakzent, was ihm einen sehr melodisch anmutenden Klang verleiht. Es hat zwei Töne, den sogenannten Stoßen und den Schleifton. Beide Töne beginnen hoch und fallen dann ab. Der Schleifton endet aber mit einem erneuten Anstieg, während der Stoßen tief bleibt. Es gibt zwei zielgeschriebene Wörter, die Bedeutung mit Stoßen ausgesprochen ist, Seite, mit dem Schleifton aber, Frau. Zum Limburgischen zählen heute folgende Dialekte in den Niederlanden und Belgien Getelands. Westlimburgisch im Gebiet Hasseltonneren. Michquartier im Gebiet Wenlo und Umgebung. Zentrallimburgisch im Gebiet Geng Maastricht. Ostlimburgisch im Gebiet Sitterdröermend. Südostlimburgisch im Gebiet Umkehrgrade und Walz. Bergisch im Gebiet Neuss-Düsseldorf-Mettmann-Solingen-Remscheid. Dort werden die Dialekte vielfach auch als Westbergisch und Niederbergisch bezeichnet. Punkt. Diese Einteilung basiert v. a. auf dem Vorkommen des Postalveolas sch. ein Phonem, das im Westlimburgischen, wie im Standard-Niederländischen, unbekannt ist. Also nur in Fremdwörtern auftaucht, im Ostlimburgischen dagegen wie im Deutschen vor den Konsonanten l. m. n. p. t. vorkommt und teilweise. Bei Eupen und Kerkrade im Osten, auch vor W. Damit steht der Limburgische Dialekt linguistisch als Übergang zwischen dem Kleverländischen und dem Repoarischen. In Deutschland, wo es am mittleren und südlichen Niederrhein, in Düsseldorf und in Teilen des Bergischen Landes gesprochen wird, wird das Limburgische häufig gemeinsam mit dem Ostbergischen und dem Kleverländischen als Niederrheinische oder Niederfränkische Sprache. Zusammengefasst, in den Niederlanden und in Belgien wird die Grenze des Betonungsgebiets als Grenze des Limburgischen angenommen. Innerhalb dieses Gebiets unterscheidet man zwei unterschiedliche Weisen, auf die man eine lange Silbe aussprechen kann. Jüngere Publikationen bezeichnen die Sprache Limburgisch als den kulturellen Kitt der Euregio um Hasselt, Aachen, Venlo und Mönchengladbach. Sie entwickelte sich in der Zeit des Mittelniederländischen, also etwa seit 1350, als die Jahrhunderte später erfolgte Trennung zwischen Deutsch und Niederländisch in der heutigen Form noch nicht existierte. Ihre weitere Bildung wird unter anderem auf den Einfluss der altkölischen Sprache zurückgeführt, der von Trier bzw. Koblenz bis Xanten wirkte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017